Okay, hallo YouTube, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Leo, hier wird es in Zukunft Film-Reviews, Serien-Reviews und vielleicht ein paar Gaming-Reviews geben und alles weitere wird sich zeigen müssen, schätze ich. Ich weiß noch nicht genau, was euch erwartet, aber ich hoffe, ihr begleitet mich auf der Reise. Alles klar, herzlich willkommen. Let's go! Scenes of Marriage, das ich aus irgendeinem Grund immer Pieces of a Woman nennen will, aber es heißt Scenes of a Marriage. Scenes of a Marriage basiert auf dem gleichnamigen Serien-Epos, wenn man es denn so nennen will, ich glaube, man will es nicht so nennen, von Ingmar Bergmann aus den 70er Jahren, Szenen einer Ehe. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ich habe es schon oft gehört, ich weiß nicht, ob man es kennt, aber eben darauf basiert Scenes of a Marriage aktuell zu sehen auf Sky. Das Ganze ist natürlich neu besetzt worden, offensichtlich spielen das nicht dieselben Leute wie in den 70er Jahren. Es geht um ein Ehepaar, besetzt von komplett heterosexuell Oscar Isaac, nicht der Schauspieler, sondern das Ehepaar ist komplett heterosexuell Oscar Isaac und seine Ehefrau dementsprechend Jessica Chastain. Die beiden haben auch mitproduziert, also liegt den beiden offensichtlich das Ganze irgendwie am Herzen und ich finde, das merkt man auch. Ich kann es gleich vorwegnehmen, ich finde, es ist eine sehr, 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 sehr gelogene Serie, also ich hatte großen Spaß damit, das zu gucken und kann es euch dementsprechend auch empfehlen. Das Ganze ist aufgebaut in fünf Folgen, fünf Folgen deswegen, ungewöhnliche Zahl, weil es eingeteilt ist, ähnlich wie ein Theaterstück in Akte, also in fünf Akte. Ich kann euch gar nicht sagen, wie genau die fünf Akte bei einem Theaterstück jetzt heißen, aber eben nach diesem Muster ist das Ganze hier auch strukturiert. Einleitung, steigende Spannung und so weiter und am Ende wird es nochmal ein bisschen entspannter, nachdem der Höhepunkt gekommen ist. Regie geführt hat ein Mann namens, und ich weiß, ich werde diesen Namen ruinieren, Hagai Levi, Hagai Levi, ich weiß es nicht. Und er hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit Amy Herzog, nehme ich mal an, wird ihr Name ausgesprochen, Herzog, geschrieben für uns deutsche Kartoffeln, Herzog. Amy Herzog hat das Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit Hagai Levi. Beide eher mit einem untypischen Background für so eine HBO-Miniseries, sie eher eine Theaterautorin, Playwright und eher mit einem Background in, naja, Dokumentation. Er hat auch fürs Fernsehen geschrieben, er hat Fernsehserien mit realisiert, aber bisher, glaube ich, ausschließlich in Israel, also jetzt seine erste US-amerikanisch produzierte Serie. Bei Scenes of a Marriage geht es um Jonathan und Mira und deren Beziehung zueinander. Das Ganze wird genauso wie im Original folgendermaßen dargestellt. Eine, ja, in diesem Fall ist es eine Studentin, früher war es, glaube ich, einfach ein Journalist, kommt zu den beiden nach Hause und schreibt dann einen Artikel über die beiden. Hier wird eine wissenschaftliche Studie über die beiden angefertigt, also sie werden zu einem qualitativen Interview eingeladen und es geht darum, herauszufinden, was den Erfolg ihrer Ehe begründet. Und da stellt sich für die beiden eigentlich direkt die Frage, ist diese Ehe eigentlich erfolgreich? Und genau das wird in den weiteren fünf Folgen beleuchtet. Also es ist safe to say, dass Scenes of a Marriage auf jeden Fall eher in der Tradition der Talky Talks steht. Also ihr habt es hier nicht mit einem In-Your-Face-Action-Film zu tun, sondern mit einer Serie sowieso, die vornehmlich auf Dialogen basiert. Also wir verlassen sowieso das Haus der beiden eigentlich so gut wie nie und es geht auch die ganze Zeit darum, einfach die Tiefen der Beziehung zu ergründen. Was ist bei den beiden eigentlich los? Was ist auch in den Tiefen der Charaktere, der Figuren los? Man kann es gleich mal sagen, es läuft natürlich nicht alles rund in dieser Beziehung, sondern komplett das Gegenteil. Wo man Drama finden kann, findet man Drama. Das Besondere daran ist natürlich diese, ich sag mal, langsame Machart, also dass wir nicht, wo man in anderen Filmen jetzt geschnitten hätte, auch hier den Schnitt sehen, sondern dass wir es eben weiterlaufen lassen. Also sagen wir mal, es ist ein Streit, jemand knallt, eine Tür geht raus, damit ist die Szene nicht vorbei, sondern wir bleiben bei demjenigen, der gerade die Tür ins Gesicht geknallt bekommen hat und fragen uns so, okay, was macht der denn jetzt? Was macht der denn jetzt? Ruft der jemanden an? Bricht der weint am Boden zusammen? Geht der hinterher wütend und schreit die Person, die ihm gerade eine Tür ins Gesicht geknallt hat an? Wie geht das weiter? Und selbst dann, wenn dann der Streit weiter eskaliert oder wenn dann jemand heulend zusammenbricht, wie geht es dann weiter? Steht der wieder auf nach dem Heulen oder wird er zurück angeschrien, wenn er hinterher gerannt ist? Also was passiert? Versöhnen die sich wieder? Also in welche Richtung kann es weitergehen? Es hört eigentlich nie auf, es kommt nie der Schnitt und dadurch wird man natürlich auch dann dementsprechend überrascht, weil es nicht vorhersehbar ist. Es ist nicht klar, okay, da war jetzt ein Streit, dann kommt jetzt eine Zeit lang Abstinenz und dann kommt die Versöhnung, sondern hier sehen wir eben wirklich, wie gehen echte Menschen damit um? Das ist eben natürlich, das ist die große Stärke von Scenes of a Marriage, dass wir hier wirklich eine ganz detaillierte Charakterstudie bekommen, die uns eben auf wirklich fast nie dagewesene Art und Weise näher bringt, wie kann es zwischen zwei Personen ablaufen, die in einer Beziehung voller Probleme stecken, die wahrscheinlich damit auch in einer ganz normalen Beziehung stecken. Also ich habe hier mal die düstere These in den Raum gestellt, dass wer in einer Beziehung ohne Probleme lebt, einfach noch nicht alle Probleme aufgedeckt hat oder vielleicht noch nicht lange genug in dieser Beziehung ist, um sie schon erkannt zu haben. Aber mal abseits von diesem ganzen intellektuellen Kram ist es schon so, dass Scenes of a Marriage wirklich schön anzuschauen ist. Also die visuellen Schauwerte, nenne ich es mal, sind da nicht zu übersehen. Wir haben wunderschönes weiches Licht, wir haben toll eingerichtete Set Pieces. Also es sieht wirklich alles toll aus, ist was ich sagen will. Also es ist durchaus so, dass hier auch visuell erzählt wird, dass sich Gedanken gemacht worden sind, wie die Räume eingerichtet sind und wie sich das auf Figuren auswirkt. Und ja, wenn Zeit verstrichen ist, was ist dann mit einem Raum passiert? Also es ist hier durchaus so, dass wir nicht einfach zwei Personen haben, die sich auch im luftleeren Raum miteinander auseinandersetzen könnten, sondern hier ist auf jeden Fall auch was zu sehen. Genauso wie wir schonungslos in den Szenen drinbleiben und eben nicht dieser Schnitt kommt, der einen ein bisschen auch erlösen kann, gehen wir auch, oder gehen wir, wir tun gar nichts, aber geht die Serie auch schonungslos mit den Figuren um. Und zeigt wirklich die Schattenseiten der beiden. Also das ist auch manchmal unangenehm, sich da selbst wiederzuerkennen, weil es wirklich die nicht so schönen Aspekte an einem Menschen aufdecken kann, die man dann auch schnell in sich selbst wiederfindet. Also auch dadurch entsteht natürlich dann ein besonderer Realismus, wenn man sieht, wie kacke Personen auch sein können. Man muss es wahrscheinlich so direkt sagen. Also beide von diesen Hauptfiguren, Jonathan genauso wie Mira, machen einander mitunter wirklich fertig, beleidigen sich gegenseitig aufs Übelste und schreien sich an. Da kann man sehen, wie unangenehm eigentlich Menschen sind. Scenes of a Marriage ist auf jeden Fall kein Loblied auf die Ehe oder für monogam gelebte Beziehungen. Es ist aber auch nicht das Gegenteil. Es ist kein Plädoyer fürs Fremdgehen oder für offene Beziehungen. Es ist irgendwo dazwischen. Man könnte sagen, es ist eine Hommage ans Leben mit seinen Aufs und Abs und fürs füreinander da sein, fürs zueinander halten, einander verzeihen und einfach das Beste daraus machen. Für mich erinnert das Ganze an etwas, was mein Vater mal gesagt hat. Ganz intimes Detail, was ihr jetzt hier von mir erfahrt. Als ich an einem Punkt war, wo ich nicht wusste, wohin mit der Beziehung, in der ich da gerade war. Und das war, du kannst dich nicht richtig oder falsch entscheiden. Du kannst dich einfach nur entscheiden. Und du musst dich auch entscheiden. Weitermachen, sich trennen. Man weiß es nicht, es wird immer gut sein und es wird immer auch schlecht sein. Du musst einfach mit der Entscheidung leben, wie du getroffen hast. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, es gibt Auf und Abs im Leben und das Ganze macht das Leben auf eine Art und Weise erst lebenswert. Und ich denke, das ist auch auf eine Art in Beziehung so und das ist die Message von Scenes of a Marriage. Von mir gibt es da auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Das ist eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe und ich würde mich freuen, falls irgendjemand das hier sieht, wenn die oder derjenige danach sich das Ganze anschaut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen bei mir und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder reinschaut. Also, bis dann. Bye, bye.